und ich bin zurück ich hoffe ihr habt die kleine Pause genossen so Minecraft lag gerade ein bisschen es wurde fertig gebrannt ich glaube wir machen daraus aus all der Kohle die wir haben also fast gar nichts machen wir Torches ich habe hier drei Cobblestone die will ich sinnvoll verwenden und da baue ich mir gleich mal eine Stone Pickaxe ich habe mir beschlossen eine Art Eingang zu machen das heißt wir brauchen Stein und ich will eine nicht aber gew張 Vielen Dank.